Mich hat den meisten Beindruck, dass auch Unternehmen wie beispielsweise unsere Post absolut topfit ist für die digitale Zukunft und auf dem besten Weg ist, ihre etablierten Kennkompetenzen schlichtweg zu digitalisieren. Etwas zum Wichtigsten in der digitalen Zukunft der Schweiz sind unsere Hochschulen. Wir haben erfahren, dass Google Schweiz, ein Unternehmen mit inzwischen 1500 Mitarbeitern, mit sieben Leuten in Zürich angefangen hat und der Standortentscheid in Silicon Valley zugunsten von Zürich gefällt wurde, ist wegen der ETH. Und darum müssen wir extrem Sorge haben. Mein liebster digitaler Spielzeug ist das iPhone, ist mein ständiger Begleiter, teilweise als notwendiges Zübel, meistens aber als sehr hilfreiches Instrument und nach wie vor sehr oft auch zum Telefonieren. Welches App ist das Liebste? Mein Lieblings-App ist die Assep. Das mit Abstand wichtigste Thema ist das Verhältnis der Schweiz zu Europa. Wir sind mitten in Europa, rund um uns herum, hat es europäische Länder und wir müssen unbedingt mit unseren Nachbarn Spielregeln wieder organisieren, Verhältnisse schaffen, die stabil sind, dass alle wissen, woran sind.